Ja, haben wir uns umgekommert. Oh, Jellyfish! Do you need a job? No. Trade. Ah, cool. Das ist das. Word of Splinter. It is only from behind cover. Wow, das kostet arschviel. Ich hoffe, nur das hier. Ah, jetzt erst mal Sidorovic. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich... Ich... Ich kaufe mir eine Brille. Ich kaufe mir eine Brille. Ähm... Ich bin ziemlich sicher, dass Sidorovic ein Quest hat, wo man den... Jellyfish abgeben muss. Jo. Here for a job. Ist es sonst irgendwas brauchbares? Uh! Scheiß, ist das teuer. Weder Wasser. Ah, 9x8. P plus P. Ah, Piercing-Effekt. Zauber. Ein bisschen normale Munition. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das sowieso nicht brauchen werde. Good hunting. Wir wollen ja helfen. Wir sind ja... Die Guten. Wir wollen ja helfen. Wow. 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 Mein Nase. Voll in die Granate. Bäm. Als hätte ich den Arsch offen. Oh, noch eine Galate. Oh, shit. Lass mich verarschen. Wir sind am verlieren. Wow. Trink meine Scheiße, du Arsch. Wow. Äh, wie wechseln immer? Munitions... Ah. So. Direkt besser. Taskfade. Ah. Super. Nimble ist tot. Wem will dem auch sein. Ich hab immer... Ich kann sowas immer gut gebrauchen. Einer tot. Ah. Nein. 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 Schrot bitte. Heilen. Danke. Ah, scheiße. Ich hab vergessen, wie viele das sind, ey. Ganz ruhig bleiben und ganz ruhig schießen. Alter, du hast ja nicht hab' gar in die Fresse bekommen, warum lebst du noch? Rückzug. Ich bin jetzt ziemlich sicher, Wolf ist auch schon irgendwo tot. Ah. Fuck. Ja, Wolf ist tot. Das... Ich mach das eigentlich immer so, aber... Diesmal war das sehr verlustreich. Scheiße. Da hinten, da drei Typen. Kacke. Wenn wir die Medi-Kits ausgeben, bin ich erst gleich am Arsch. Tod. Zwei Typen. Ah, fuck. Zwei Typen. Ha. So öffnet mein Arsch. Loot. 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 So. Jetzt hauen wir den mal richtig einen auf den Sack, ey. Okay. Was? Ich muss wissen, wo die sind. Oh nein. Oh, ein Tote. Verlustreich. Ich bin sehr... Sehr verlustreich. Shit, 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 shit. Kacke. Boah, so ein Pech hatte ich bis jetzt noch nie. So viele Männer verloren an einem Tag. Oh, fuck. Woah. Leg. ja Ich hab' dich gerettet, Katana! angst wie zu still ganz ruhig genug für alle da war speicher jetzt erst mal ich habe jetzt keine lust noch mal ein letztes medikit dafür raus zu hauen wir müssen es so schaffen ich weiß dass er hier drin ist digga so mache ich das digga das ist ein nützliches item das ist auch eins das kommt auch durch so komplizier 2009 das ist ein tragbares apparatur kit das ist so fies die eigenen leute ausluten sie brauchen es nicht mehr denke ich mal immer noch nicht vorbei scheiße ja der idee ist das schlimmste hat sich die ganze zeit versteckt während ich seine männer abgeschlachtet habe beziehungsweise seine männer und kannst drehen und wenden wie man will der sich da versteckt die armen typen so so verlustreich war das echt noch nie ich habe den anfang bestimmt ok ok kann die heilen uuuh er kann ich um die ich verteile medikates es noch im leben versägt hier nehmt Pff, echt, das war schlimm. So heftig war das noch nie. Wirklich. Oh, dafür kriegen wir jetzt... Den Trittchen in den Arsch. Vier, fünf. So, da hinten ist einer von denen. Oh nein. So, das haben wir auch. Fuck yeah, da sind noch viel mehr von denen. Wow, 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 zwei mindestens. Ich habe jetzt auch schon mal auf Einzelschuss umgestellt, um besser treffen zu können. Shit. Wo sind diese Säcke? Wow, da. Nicht mehr lange. Ah, fail. Oh! Ha, 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 ha. Treffer versenkt. Lag. Pff, übel. Übel. Noch einer läuft hier rum. Ich wette, der wird mich gleich voll von hinten angreifen. Oder er ist tot. Ja, ich glaube, er ist tot. Ist das der? Ja, wir haben unseren letzten Soldaten. Mist. Ah, noch einer. Drecksack. Voll den Arsch. Habe ich jetzt die geteabackt? Oh, tut mir leid. Wollte ich nicht. So, jetzt werden die aber... Ich wüsste, wo du bist, Digga. Versteck dich da nicht. Ich wüsste jetzt immer. No, 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 no. Wow. Tot. Und noch ein... Ich krieg für meine... Noch eine Kerbe für meine Waffe. So. Machen wir wieder Automatik an. Jetzt gehen wir den Sack. Die Commander, falls man noch da ist. Richtig übel. Was hast du davon, so ein Scheiß Commander zu sein? Arschloch. Boah, mir geht die Durchsage so auf den Sack. Kleiner Trick. Wo ist das Teil? Jetzt hört's auf. Der Grund, weswegen ich das jetzt alles gemacht hab... Ich weiß es nicht. Oh, dafür vielleicht... Vieles gutes Zeug. Und ich muss nachher nicht hier hin, wenn die nachher noch besser ausgerüstet sind. Weil hier ist, soweit ich weiß, auch irgendwo ein... Quest-Item. Wofür ich bis jetzt noch nie den Quest gemacht hab, ehrlich gesagt. Aber... Was sollt, kannst du besorgen, dass ich verstehe ich stets auf morgens vom Arsch. So. Und jetzt... Ähm... Ja. Ich würd sagen, ich mach hier einen Cut. Ich freu mich, euch in der nächsten Episode wieder zu sehen zu können. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Tschüss.